Ja hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play Battlefield Play for Free. Wieder ein kleines Wachentest und heute ist die UMP45 dran. Viel Spaß. Ja und das sind wir, die UMP45. Einer meiner Lieblingswaffen, muss ich sagen. Von einem Loop, der Anna, der Anna, der Anna, genau die Seite, die wir haben. Und so hat er noch was rausgezogen. Guck dir öfters raus. Okay. Wo heißt man? Ja, die Teams sehen so wie auch im Zillen sehr ausgeglichen aus. Äh, ja, da ist unser kleiner Loop. Was für die Loops sind. Ich gucke mal. Ich gucke mal. Oh, das war aber schlecht jetzt. Einsteigen. Einsteigen. Okay, zu den däglichen Details. Komm mal jetzt mal fix. Also ja, den Schaden von Mittel und eine Präzision von Mittel. Und ja, Munition von 24 Schuss im Magazin. Also ja, den Schaden von Mittel und eine Präzision von Mittel. Und ja, Munition von 24 Schuss im Magazin. Und da habt ihr vier Stück dabei. Äh, die Reichweite ist lang. Tja, ein Feuerrad ist schnell und vollautomatisch. Wie wir das auch schon gesehen haben hier. Bei dieser kurzen Sache. Ja. UNP 45 haben wir noch ein bisschen etwas ausgekostet. Und zwar haben wir das mal verwechselt. Und zwar haben wir das mal verwechselt dabei. Deswegen haben wir hier ein paar mehr Ruhe drinne. Und wir grad nachleiten. Und wir grad nachleiten. Das ist der Arsch gewesen gerade. Äh, ja, wir mussten nachleiten. Ja, wir mussten nachleiten. Ja, wir mussten nachleiten. Ja, den Präzision auffahren wird draufgepackt. Das Rapid, äh, im Redakt. Und den Taktischen Schaff. Und den Weg, ja, wir sind nachleiten. Das alles, äh, mal gibt diese Waffe, und das ist eigentlich ja auch. Und die für 3500 V und die für 3500 V, in der vor Xin. Und ja. Wir haben diese 3-12 L mit vorhin gesetzt. Und ja. Wir haben das 4-13-13. Und das war erst mal... Ja, das erste Mal. Ja, das erste Mal. Das ist jetzt. dass wir da Geld rausgeholt haben, um das Spiel. Warum sind wir doch immer auch nicht verlieren? Fuck! Wieso hab ich die Kacke angefassen? Oeh, keine Ahnung. Wieso ist das gemacht? Aber ich hab's gemacht. Inwiefern sind wir ja kranker verlieren. Ja. Wollte ich jetzt einfach mal zeigen, was mir ist, wie zu drauf ist. Aber ich muss doch mal langsam direkt. Meine Fresse, ey, der kippt mich doch, was ich auch wieder. Och, kürzt mich an, ey. Na, warte, als ich möchte. Ach, nö, oder? Es gibt gerade ein kleines Problem mit meiner Verbindung. Das tut mir an dieser Stelle leid. Jetzt, back. Bäm! Und, ah, das fahrt jetzt nicht gut. Die UMP ist ja so ein bisschen mein persönlicher Favorit. Ich mag sie sehr. Sehr. Neben der... Aua, was soll denn das? Meine Güte, das war doch nicht. Neben der... D53, meine, doch nichts. Doch, lieber. Also, die ist mir doch lieber. Ich weiß nicht. Alter, meine Fresse. UMP, 50. Wir sind ja am Kacke verlieren, ey. Ich kann sie nicht mehr ... Danke auch Gott, den Robo. Na, ihr seht schon, die Wappe ist... What the fuck, Alter. Die Wappe ist sehr schön, ich finde sie wirklich sehr schön. Merkenschen. Megatoll. Ich finde sie einfach... Was ist das? Oh Gott, ich habe auch noch ein Problem hier, Alter. Wo ist denn los denn? Und ja, der liegt bestimmt ganz schön aufgemacht. Da muss man sein. Ja. Mann, ey, super. So, als haben wir ja eine Niederlager, nicht hin, war auch noch minderwertig schlecht. Ey, die Niederlager sind leider wirklich schlecht. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, die UMP, eigentlich, pfff, wirklich Kaupen. Ja. Und jetzt nicht Kaupen ist tot. Ach nee, das habe ich auch schon scheiße. Hallo, ey. Hallo, ey. Warte, ey. Ach, so. Hallo, ey. Jetzt brauchen wir vielleicht noch mal wieder welche. Junge, ist gut. Was war ein Junge? Nichts. Ha? Ei. Ja. Das war. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. und 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 ist nicht schlöscher mehr als gut aufgestellt k auch kommen die die jetzt ist hier ein st das Spiel Und wir wollen nicht mehr helfen. Also reparieren wir es einfach nicht zu lange. Das ist das Spiel. Vergelöst. Vergelöst. Dann haben wir sogar noch eine Brat. Dann haben wir noch eine Brat. Dann haben wir noch eine Brat. Ich weiß nicht mehr. Ähm, ja. Wo wir die jetzt nicht nutzen. Keine Ahnung. Aua. 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 Was wein, meine Juden? Ech, kacke, Mami. Sind die gleich an meinem Arsch? Jawoll. Was ist die gar nicht so? Und jetzt lehne ich dann auch. Beim Nachladen würde ich nicht wirklich immer mal. empfehlen, immer irgendwo rumzuspringen. Oder euch sicher hinzusetzen. Also seid ihr gleich tiefer Sniper? Und dann habt ihr da. What the fuck, alter? Was? Panzer. Ach, hab ich nicht schon. Hm. Ich sag ja immer, die UMP-45 ist. Äh, mit meinen Lieblingsfarben. Ne, jetzt müsst ihr aber auch. Ich hab ja ein bisschen aufgemacht. Aber es ist ja voll und ernst. Das ist normal. Und wenn die normal abgeht schon so... Dann ist ja nicht so... ...und die... ...und die... ...und die... ...und die... ...und die... ...die... ...frecke hier. Meine Güte ey. Da kann ich aber auf die... ...Alter... ...und... ...kateria, sie sagt Tschüss. Mein lieber Panzer. Anwiese. Nein, das ist doch falsche. Nein, aah, kacke. Ach, ich hasse es manchmal, das Geld. Egal, der Typ, der ist auch schlecht. Der kann nämlich nicht... ...ah, guck einmal. Da bin ich noch nicht... ...und schießt. Schießt. Und tschüss. Und bäh, da hat er getroffen. Geist zurück. Ne, ich hab noch nicht. Oha. Und das muss ein Pionier einfach... Fuck, da ist er ja nochmal. Komm! Bam! What the fuck? Das ist jetzt einfach schon eine Scheiße hier. Kannst du dich mal besinnen? Oha, das war einfach. Ich weiß nicht. Kommt gerade nach. Scheiße. Das ist hier. Wir hatten voll tollen Autos. Das sind... ...wenn ich... 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 ...gern. Ja. Ja. Und wir trotteln versuchen immer noch A einzunehmen. Und wir... ...dass du unseren Besuchungen gleich weißt. ...kapieren wir aber nicht. Ja. Ja. Alter! Trifft. Junge! Ich... Gott sei, alter! Alter! Alter, was geht die grad ab? Wieso hab ich... Ich hab ihn doch voll getroffen die ganze Zeit. es gibt die gab ich habe ich habe abgeschossen er hat auch geblutet wie ein Tier was gerade gefallen ist aber es kam nicht die Kälte sind gut abgezogen Alter was ist das denn? Junge tschüss Och kacke Ich hasse die Hewis Oh ne Das ist doch zu kotzen Ok also wir sind eigentlich gerade wirklich schlecht Alter ey mann Kann der mal scheiße Hewis mal aufhören scheiße zu sein ich jetzt noch mal mich umbringen dann passt ich hier aber raus ich sage ja es hat voll mehr als genügend zum Glück habe ich ja hier die Karte der ist ja mal was und äh mein cooles Gell, was gibt es diese Waffe hier? What the fuck, Alter, das gibt's doch gar nicht. Warum die Scheißlinge noch mal wieder her? Guckst, dreh dich mal rum, Alter! Ähm! Das ist die Waffe, leider. Gibt's doch wohl, du? Oh, fuck, das war's dann einfach. Darauf ich mich nicht drauf hinlässt. Ich bin ja hier, der geht rein. Da muss ich noch mal nix. Uah! Aua, wo kam der denn jetzt? Ich kann nicht mehr durch, Alter. Was ist denn das hier für ein Fail gerade eben gewesen? Ich kann aber so. Ja, die spinnen. Okay. Scheiß, die. Scheiß, die. Scheiß, die. Ich weiß, kein. Ja, ich meine, jetzt gerade die Sekunde. Ja, ab. Ja, mach mal. Scheiße. Die kann nicht mehr so eine Ruhe lassen. Da passiert nicht viel. Ich bin schon an meinem Stein versteckt. Da passiert nicht viel. Scheiße. Ich bin jetzt glaube ich, da AlumELI Ich entsteht wieder vor. Oh mein Gott, ich bin jetzt hier. Ach du Scheiße! das ist natürlich auch aber es trinke ich in basse ich kippe ich kippe Für mich ist es, dass ich Leben sehr bewusst war. Ich wollte mich nicht mehr verbrechen. Ich werde es auch nicht mehr gebaut. Okay, dann wird es nicht mehr raus. Ich weiß schon, aber ich fühlte es nicht mehr. Das ist mir noch zufrieden. Mensch Gott, das war schon sehr. Natürlich, Eli, nicht mit mir, Alter. Scheiße, ey. 2,8. 2,8. Obwohl wir ja verlieren, siegen wir trotzdem. Och Mann, ey. Was er? Was er? Ich habe jetzt in die Gruppe, die Scheiße bin ich mal gescheuert. Aber ja, wir machen ja immer noch ein Spiel. Wir machen ja auch noch so ein Fan. Alter, haben sie alle gut. Ich glaube, das ist nicht gut. Der Boom lecker. Ach, der Boom helgen. Oh, den haben wir ja auch. Den haben wir ja auch. Den heißt, den haben wir noch zeigen. es ist es ist mit ein bisschen mehr abgeknallt ich war und ich glaube auch Junge da herrscht hier hier ich bin aber ich hab ihn so angeschlichen Und von dem über... Ich hab da halt hier... ...1.20. Cool! Der Typ da ist kacke. Noch abholen. Und der Typ weich soll. Hier ist gerade ein Panker. Und hier ist gerade ein Rosaschlag. Okay. Sieht mehr als rosig. Ich wohne so. Es ist kein einziger Punkt. Und ja, ich höre vorrecken hier am notenden Band. Ja, ich muss nicht schütteln. Da ist jemand für minderwertig, muss ich sagen. Tut mir leid, ist so... Wie oft die Distanz nicht trifft hier. Was? Fuck! Verdammte Scheiße! Wo ist denn hier rein? Von den wahrscheinlichsten Kindern. Okay, es ist Niederlage. Ich hab so weit... Für die Kraftausdrücke. Es ist so eine mittelmäßige Waffe. Kaufempfehlung. Ja. Für Entfängung. Okay. Holt rein. Ja. 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 Ja.